Oh, more passion, more passion, more energy, more footwork, more footwork. Ich bin fast rot, ich will zum Augen lassen. So, die Montagen kennt ihr ja, Doppelpilot, genau wie im letzten Film. Das fangen wir jetzt wieder an. Erstmal ist es immer sehr entspannt. Ihr kommt ans Wasser, haut erstmal die Piloten rein, könnt ihr erstmal ein bisschen beobachten, eure anderen Sachen fertig machen und dann geht es meistens richtig los mit aktivem Angeln oder noch ein bisschen aufgrund. Da hau ich mir jetzt zwei Maden drauf, einmal eine länglich, einmal eine in der Mitte durchgepiekst, dass wir die L-Form erreichen, so ein bisschen. Unser neues Produkt, der Trollcatcher, der eine schöne Aromaspur erzeugen soll im Wasser. Zack, zack, eingesaut. So sieht das dann aus, ein Riesenpulk, seht ihr das? Hängt auch schon wieder einer davon. Das ist ja krank, Freunde. Das ist wirklich krank. Boah, Wahnsinn, guckt euch das an, was für Forellenpulke hier sind. Ja, meine Lieben.